18 Uhr, neue Hörprobe. Heute das Buch, was ich euch vorstelle, ist ein bisschen wie Ahren, was ich euch schon mal vorgestellt habe. Hier oben findet ihr die Rezension zu Ahren. Und ja, fangen wir mal mit den Eckdaten an. Die Autorin heißt Cora Carmack. Ich hoffe, das ist jetzt auch wieder richtig ausgesprochen. Ich tue mich mit Namen immer schwer. Das Buch hat 464 Seiten, kostet 19,99 Euro und gibt es bis jetzt nur als Hardcover. Es ist im Mai 2017 schon rausgekommen und ist das erste von drei Bänden. Die anderen zwei Bänden, die gibt es aber noch gar nicht. Das nächste kommt im Frühjahr 2018 und das nächste dann erst im Jahr 2019. Es ist aus dem Oettinger Verlag und ist so für die Altersspanne zwischen 14 bis 17 Jahren geeignet. Wie immer lese ich euch zuerst den Klappentext vor, bevor es mit der Hörprobe beginnt. Belicke dem Sturm in die Seele und finde dein Herz. Von der jungen Königstochter Aurora wird erwartet, dass sie ihre besonderen Fähigkeiten nutzt, um ihr Volk vor den zerstörerischen Stürmen zu schützen. Was keiner weiß, noch hat Aurora diese Fähigkeiten nicht. Um ihr Geheimnis zu wahren, scheint eine arrangierte Heirat der einzige Ausweg. Doch bevor es dazu kommt, flieht sie aus dem Palast und schließt sich einer Gruppe von Sturmjägern an. Während sie eine ganz besondere Verbindung zu Stürmen findet, läuft sie Gefahr, ihr Herz zu verlieren. Ein opulenter Auftakt zur Sturmhardt-Riologie mit einem spannenden Kampf gegen Naturgewalten. Also, ich würde gar nicht weiter lange reden. Ihr habt erfasst, worum es hier geht. Und hier ist dann die Hörprobe. Viel Spaß! Mehr Spaß an Büchern Eine Hörprobe aus Stormheart, die Rebellin Geschrieben von Cora Karmik Gelesen von Melina Zaren Prolog So viele Jahre hatte er auf diesen Tag gewartet. Das hielt ihn am Leben, während alle anderen starben. Bewahrte ihn davor, durchzudrehen, als der Wahnsinn sein einziger Freund war. Es hat ihn angetrieben, als sein Leben nicht mehr lebenswert schien. Sie hatten ihm alles genommen, und er hat es ihnen heimgezahlt. Rache. Schnell und süß. Er hatte den Himmel in Flammen gesetzt, die Wellen der Meere zu seinen Waffen gemacht. Er hatte Winde wehen lassen, stark genug, um Mauern einzureißen, und Wirbelstürme wie prasselnden Regen vom Himmel geschickt. Er hatte Zorn und Zerstörung über Caliera gebracht, wie es der Kontinent noch nicht erlebt hatte, und doch war es nicht genug gewesen. Dieses Mal war ihm die Rache misslungen, aber er glaubte an zweite Chancen. Es war an der Zeit, dass die Stürme wieder regierten, an der Zeit, den Unwürdigen ihre Magie zu entreißen und von Neuem zu beginnen. Dies war ein Krieg, den nur er führen konnte. Denn die Stürme dieser Erde waren grausame Ungeheuer, die nach Zerstörung, Tod und Verzweiflung lächzten, und sie nannten ihn Meister. Als die ersten Bewohner Calieras ihre Vorfahren in den Sternen verließen, schuf die Göttin Resna sich neue Kinder. Kinder des Lichts und der Luft, des Wassers und des Feuers, Kinder, deren Wut und Trauer der ihren glichen. Und sie sandte ihre Nachkommen vom Himmel auf das Land. Das Firmament verfinsterte sich, und die Erde erzitterte, und die ganze Menschheit spürte der Göttin Zorn. Die Mythen der Entstehung Calieras. 1. Du bist fleischgewordener Blitz, kälter als fallender Schnee, unaufhaltsam wie der Wüsten Sand im Wind. Du bist ein Stürmling, Aurora Pavan. Glaube daran, glaube daran, dann tun es andere auch. Diesen Wahlspruch hatte ihr ihre Mutter an dem Tag beigebracht, als sie zwölf Jahre alt wurde. Sie hatte ihre Tochter fest an den Schultern geparkt, und Aurora erinnerte sich noch genau an den stechenden Schmerz und das wilde Hämmern ihres Herzens, als sie sah, wie besorgt die Königin war. Und schon bald war sie ebenso besorgt gewesen. Heute hatte diese Sorge Aurora Pavan dazu gebracht, ihr Leben aufzugeben, bevor sie überhaupt die Chance gehabt hatte, es wirklich zu leben. Während man sie schmückte und ausstaffierte wie eine Opfergabe, war sie in Gedanken noch immer beim Vormittag im Thronsaal. Sie dachte an das Geräusch des Papiers, als der Vertrag entrollt wurde und ihre Finger plötzlich zu schwach schienen, eine Feder zu halten. Viele Tage ihres behüteten Lebens hatte sie damit zugebracht, Gedanken, Zahlen und Fakten für ihre Lehrer aufzuschreiben, aber in diesem Moment war es ihr sogar schwergefallen, ihren eigenen Namen zu Papier zu bringen. Dann hatte ihr Blick den ihrer Mutter getroffen und die vertrauten Worte waren ihr wieder eingefallen. Kälter als fallender Schnee. So musste Aurora werden, als sie mit zitternder Hand und einer schwachen, kritzeligen Linie ihr Schicksal besiegelte. Und nun, Stunden später, blickte ihr ihr eine Fremde aus dem Spiegel entgegen. Weiß gepudert, damit keiner ihrer Makel zu sehen war. Ihr weiß-blondes Haar war in Locken gelegt und in einen kunstvollen Kopfschmuck geflochten worden, der mit unzähligen Edelsteinen, Blumen, Federn und mit vier gezackten Kristallen verziert war, die wie Blitze in die Luft raken, genau wie bei der Krone ihrer Mutter. Schmüppende Kopfbedeckungen zu Ehren der Vorfahren spielten eine wichtige Rolle in der pavanesischen Tradition, für den Adel wie auch für die Untergebenden. Man trug sie bei Taufen und Beerdigungen und bei jedem wichtigen Ereignis dazwischen, einschließlich Verlobungen. Dieser Kopfschmuck jedoch war größer als alle, die Aurora je gesehen hatte. Verzierte Verschlüsse verbanden ihn mit dem schweren Collier, das sie um den Hals trug. Er lastete fast so schwer auf ihr, wie die Ereignisse, die an diesem Abend noch folgen sollten. Mit dem schimmernd weißen Puder auf ihrer ohnehin blassen Haut sah sie aus, als sei sie gerade aus einem Schneesturm gekommen. Ihre Rippen waren in ein enges Korsett gepresst, das drückte und drückte, bis sie hervorkam, als säßen alle ihre inneren Organe am falschen Platz. Darüber trug sie ein schweres, perlenbesetztes Kleid mit weitem Ausschnitt, der deutlich mehr von ihrem Dekolleté preisgab, als sie je freiwillig gezeigt hätte. Der Stoff lag eng am Körper und breitete sich auf Kniehöhe zu einer weiten Schleppe. Die Farbe des Kleides ging von weiß über aschgrau in glänzendes Schwarz über. Rura sah genauso aus, wie sie nach den Worten ihrer Mutter aussehen sollte. Fleisch gewordener Blitz, blendend hell am dunklen Himmel, während die Schleppe zu ihren Füßen die verbrannte Erde symbolisierte, die er nach dem Einschlag hinterließ. Es war atemberaubend, wunderschön. Selbst Rura konnte das nicht leugnen. Trotzdem war es eine Lüge. Jeder Edelstein, jede Perle, jede Blüte zeichnete das Bild einer Person, die nicht sie war. Doch genau das war Ziel und Zweck der Verlobung, die heute Abend stattfinden sollte. Eine andere zu sein, die perfekte Sturmlingprinzessin, denn wenn sie versagte, war alles verloren. Ein Quietschen erfüllte den Raum und alle um sie herum erstarrten. Das schrille Geräusch vor Rora durch die Knochen wie der Donner, wenn er nah war. Dann legte sich das unheilvolle Kribbeln von Sturmmagie auf ihren Körper wie eine zweite Haut. Ihr Blick glitt zu der kleinen Truhe, die ihre Mutter gerade geöffnet hatte, und zu den Edelsteinen darin, die sie in ihren Albträumen plagten. Sturmherzen. Die Herzen waren ähnlich wie die Stürme selbst, von dunkler Schönheit, bedrohlich und gefährlich, bisweilen sogar tödlich. Eine Beschreibung, die auch auf ihren zukünftigen Ehemann zutraf. Langsam leerte sich der Raum. Dina, Zofen und Schneiderinnen zogen sich zurück und Herrscherin und Thronerbin blieben allein. Schon seit Generationen wurden die Sturmherzen der Familie Pavan weiter vererbt. Sie waren die letzten Überreste der Stürme, die Roras Vorfahren vor langer Zeit besiegt hatten, um ihre Magie zu erlangen. Damals lag der Kontinent von Caliera in Schutt und Asche und die Menschen suchten Zuflucht in der Burg ihrer Familie. Sie boten ihre Dienste an, Waren oder Gold, um im Schutze derer leben zu dürfen, die von der Göttin mit der Fähigkeit gesegnet waren, es mit den Gefahren des Himmels aufzunehmen. Sie nannten sie Sturmlinge. Ihre Vorfahren hatten drei Dinge an ihre Erben weitergegeben. Die Krone des jungen Königreichs, die Herzen der Stürme, die sie besiegt hatten und die damit verbundene Magie, die jetzt durch ihre Adern floss. Ohne ein Sturmherz reichte die magische Kraft eines Stürmlings gerade einmal aus, um kleinere Wetterereignisse zu beeinflussen, aber mit einem dieser Steine konnte er Unwetter besiegen, die heftig genug waren, ganze Städte auszulöschen. Und heute Abend, wenn Aurora und ihr Verlobte dem Hof vorgestellt werden sollten, würde sie zum ersten Mal die Sturmherzen tragen, die für den Thronerben oder die Thronerbin bestimmt waren. Die Königin nahm das erste Sturmherz aus der Truhe und Aurora bekam eine Gänsehaut. Plötzlich war es, als knisterte die Luft. Wenn sie so nah bei ihrer Mutter stand, spürte sie die verborgene Magie noch viel deutlicher, als wenn sie selbst einen der Steine hielt. Dieser hier war matt und perlmutfarben und repräsentierte einen Blitz, das Wetterereignis, zu dem ihre Familie die stärkste Wesensverwandtschaft besaß. Bisher war es stets ihre Mutter gewesen, die Pavan beschützte, wann immer diese gezackten, blenden hellen Lichtstreifen zu Dutzenden gleichzeitig vom Himmel schossen. Doch nun, da Aurora 18 war, würde man von ihr erwarten, dass sie ihr half, wenn das nächste Mal dunkle Wolken über ihr Land zogen. Licht in deinem Blut und der Blitz unterwirft sich dir, murmelt ihre Mutter, bevor sie den Stein in die Fassung mitten auf den festlichen Kopfbedeckung gleiten ließ. Aurora zitterte und der Blick ihrer Mutter zuckte rasch zu ihrem. Sie unterbrach ihr Ritual. Hast du etwa? fragte sie. Es lag so viel Hoffnung in ihrer Stimme, dass Aurora es nicht einmal fertig brachte, sie anzusehen, während sie den Kopf schüttelte. Stirnrunzeln bückte sich die Königin, um das nächste Sturmherz aus der Truhe zu nehmen. Einen tiefroten Rubin, fein und scharf wie eine Glasscherbe. Feuer in deinem Blut und der Feuersturm unterwirft sich dir. Feuerstürme bildeten sich schnell und ließen es fast ohne Vorwarnung in den Hagel regnen. Der fraß sich direkt durch die Haut und konnte das flache, grasbewachsene Land des Königreiches in Sekundenschnelle in Brand setzen. Vorsichtig platzierte ihre Mutter den Edelstein an einer freien Stelle in Roras Collier. Wie ein blutrotes Herz ruhte er mitten auf ihrem Dekolleté. Darum herum lagen halbkreisförmige, mehrere kleine Versionen der kristallenen Blitze, die ihren Kopf schmuck zierten. Dem Ganzen fügte die Königin noch vier weitere Sturmherzen hinzu und wiederholte dabei die Worte, die ihr Vater einst zu ihr gesprochen hatte. Ein flacher, blauer Stein für Gewitterstürme fand seinen Platz in Roras Armband. Das graue, zylinderische Herz eines Orkans glitt in eine Fassung einem schmalen Silbergürtel, den sie um die Talie trug. Ein gezackter, schiefergrauer Stein für Nebel schmückte kurz darauf ihr zweites Handgelenk. Und zum Schluss nahm ihre Mutter einen silbernen Ring mit einem kleinen, schwarzen Edelstein aus der Truhe. Es war das einzige Sturmherz, das nicht aus früheren Zeiten stammte. Nein, dieses Sturmherz war gerade einmal zwölf Jahre alt. Roras Bruder hatte es einem Tornado gestohlen, der nahe der südwestlichen Grenze ihres Reiches über Land gefegt war. Sturmlinge erbten gewöhnlich ihre Fähigkeiten von ihren Vorfahren, manche hielten es aber auch für möglich, wenngleich höllisch gefährlich, eine neue Gewalt zu erlangen, wie die ersten Sturmlinge es getan hatten, indem sie das Herz des Sturms stahlen und seine Magie in sich aufnahmen. Alaric hatte kurz nach seiner Initiation mit 18 Jahren geglaubt, er könnte einen Tornado besiegen und eine neue Fähigkeit für seine Familie gewinnen. Er hatte sich geirrt. Der Erbe von Pavan hatte die Hand ins Herz des Sturms gestoßen, um es für sich zu beanspruchen, doch als der Kampf schon fast vorbei war, hatte sich der Sturm revanchiert und ihm einen Ast ins Herz gerannt. Die wenigen frommen Priester im Königreich, die noch an die alten Götter glaubten, hatten es für eine Warnung des Himmels gehalten, nicht nach den Sternen zu greifen. Manchmal fragte Aurora sich, ob sie immer noch bestraft wurden. Der Stein auf dem Ring erwachte nicht zum Leben, als die Königin ihn berührte, sondern blieb kalt und tot, während sie in Aurora auf den Finger steckte. Er hätte nur Alaric und seinen Nachkommen gehorcht. Sie taten beide so, als wäre es ein ganz normaler Ring. Genauso wie Aurora immer so tat, als wäre sie jemand, der sie nicht war. Und wie ihre Mutter so tat, als wäre sie nicht von ihrer Tochter enttäuscht. Und als wären sie nicht alle besser dran, wenn Alaric noch lebte. Aurora würde weiter so tun, während der Feierlichkeiten heute und während der anschließenden Hochzeit. Und danach ihr ganzes Leben lang. Sie würde so tun, als wünschte sie sich nicht sehnlichst, besser zu sein, anders, mehr. Ihre Mutter packte sie fest an den Schultern, wie sie es öfters tat. Vergiss nicht, sei stolz und besonnen, lass dich nicht von ihnen einschüchtern. Lasse ich nicht. Sprich nicht mehr, als du musst. Zügle dein Temperament, sonst, sonst verrate ich mich. Ich weiß, Mutter. Die Königin hielt kurz inne und sah ihre Tochter traurig an. Ich weiß, es ist nicht so, wie du es gerne willst. Ich wünschte, wir hätten alle Zeit der Welt und könnten warten, bis du jemanden findest, den du liebst oder wenigstens jemanden, den du selbst aussuchst. Haben wir aber nicht. Es ist zu spät, ich weiß. Arrangierte Ehen waren die Ausnahme in der königlichen Geschichte Parvans. Meistens heiraten die Herrscher aus Liebe, wie Roras Mutter und Vater es getan hatten. Manchmal veranstaltete man auch Turniere, damit sich die jüngeren Adligen vor der Thronerbin beweisen konnten. Aber bald schon würde die zornige Zeit erwachen und der Himmel würde reißen und bluten und heulen und wenn Aurora bisher nicht verheiratet wäre, würde ihr Lügengebäude gemeinsam mit ihrem Königreich zusammenbrechen. Versprich mir, dass du versuchst, das Gute an der Sache zu sehen. Versuchst, ein bisschen glücklich zu sein, sagt die Königin. Aurora nickte. Sie brachte es nicht übers Herz ihrer Mutter zu sagen, wie wie unmöglich sie das hielt mit einem Mann, der so hart und kalt war wie Cassius Locke, zweitgeborener Sohn des Königreichs Locke. Die Familie hatte den Ruf, clever durchtrieben und genauso grausam zu sein wie die Unwetter, die ihre Stadt vom Meer aus heimsuchten. Wenn sie irgendeine Schwäche zeigte, würden sie das ohne Zweifel ausnutzen. Und wenn sie erfahren würden, was sich hinter all den Juwelen, dem Puder und den edlen Stoffen verbarg, dann würde sich Auroras letzte Hoffnung, ihr Reich zu behalten, in Luft auflösen. Bist du soweit? fragte ihre Mutter. Am liebsten hätte sie schreiend protestiert und im Erlaubnis gefragt, in den Wäldern zu verschwinden, um ein neues Leben anzufangen. Aber die Königin hatte in diesem Leben schon genug verloren. Ihr Mann war in einer Krankheit gestorben, der ihre Zauberkraft nichts anhaben konnte. Und ihr Sohn hatte das Herz eines Sturms gewonnen und dafür sein eigenes gegeben. Die einzige, die ihr noch blieb, war ihre Tochter. Diese Tochter, die aussah wie die perfekte Sturmlingsprinzessin. So überirdisch, schön und stolz, dass niemand es je wagen würde, die Wahrheit zu glauben. Nämlich, dass sie kein bisschen Sturmmagie besaß. Das Sturmmagie besaß. Untertitelung des ZDF, 2020